Das klingt sehr märchenhaft. Gut, es ist ja auch ein Märchen, das hier adaptiert worden ist, aber es ist bestimmt nichts Schlimmes. So schön es klingt, so märchenhaft es klingt. Ja, hier passiert bestimmt gar nichts Schlimmes. Oh, wäre nicht schön. Auf jeden Fall wird es jetzt langsam aber sicher hell. Jetzt kommt so langsam aber sicher die Sonne raus und die Stimmung wird auch immer schöner. Schluss mit Nacht und Schluss mit Regen und Nebel und allem drumherum. Das ist ja keine allzu große Überraschung, aber es wird ja auch hier wieder scheinbar ziemlich weitläufig. Das sieht ein bisschen so, oh je. Über die Baumstämme und alles. Ah, dann komme ich dann hier rüber. Das sollten wir dann vielleicht gleich mal als allererstes ausprobieren, oder? Wobei, also wo geht es insgesamt weiter? Das ist ja jetzt so ähnlich wie in Veninis Werkstatt, die sich auch relativ schnell in sich sehr geöffnet hat und man ständig drei Wege hatte, mindestens. Muss ich jetzt hier auch ein bisschen gucken. Ich hatte ja Veninis Werkstatt so ein bisschen an so einen, vom Aufbau wie in so einen Legacy Dungeon aus Eldring in kleinem Stil erinnert. Ähm, total cool. Da geht es nicht rein, müssen wir außen rum. Du machst mich nervös, komm. Oh, natürlich. Da kommt noch was irgendwo. Und die mit ihrem... Oh, joi, joi, jetzt kommt die ganze Family angerannt. Und der mit seinem Wurfbomb, passt auf, bis hierhin. Also Wurfbombentypen, meine Güte, die haben trainiert. Wo ist er hin? Ah, da hinten. Da ist die Treppe runtergelaufen. Okay. Brunnen. Sägeblatt. Oh, die muss ich auch mal noch ausprobieren, die großen Sägeblätter. Wurfgeschoss der ganz besonders üblen Art scheinbar. Termit. Kann ich auch mal ein bisschen Wurfbomben werfen. Ja, dann schauen wir mal, was du da oben auf dem... Ja, ich weiß. Ich laufe durch Feuer durch. Ähm. Oh. Oh. Hm. Springen geht auch nicht? Okay. Na gut. Schade. Immer schön auf Holzböden achten, ne? Wir sind schon ein paar Mal durchgebrochen und bisweilen kann jetzt vielleicht hier sogar ein Geheimnis sein. Mr. Mistgabel, kommen sie näher, kommen sie ran. Und dann komme ich von da drüben. Ja, ja. Da schließt sich dann der Kreis. Ah, ich mag euch. Ich mag euch ja. Rupp. Rupp. Das sind wie die, wie die... Ah. Bauen Schornsteinfeger. Ich werde übrigens jetzt auch mal ein kleines bisschen mehr ausprobieren, einfach zu blocken, den Schaden mitzunehmen, den ich durchs Blocken kassiere, aber den durch Rally wieder zurückzuholen, dass er so ein bisschen an Bloodborne erinnert. Dass man dann den grauen Balken hat, im Lebensbalken, den man sich eigentlich, wenn man schnell genug und aggressiv genug ist, zügig wieder zurückholen kann. Oh, geht's jetzt da unten auch weiter? Das sah nicht so aus, als ob's da... Schmetterling! Zwei Schmetterlinge? Sichelmonstein? Das brauche ich für meinen Knüppel, dass der auf Level 4 kommt. Kommt wie gerufen. Aber zwei Schmetterlinge, das ist gemein. Aber ich meine, das... Zwei Crystal Lizards gab's in Dark Souls und in Bloodborne auch immer mal wieder. Theoretisch... Also hier hat's nicht gereicht mit einem Save and Quit. Eventuell ein Reset am... Am Checkpoint. Oder eben einfach später zurückkehren. Das ist unerwartet hier, so ein Grab. Reiseführer. Ah, Reiseführer. Das braucht der... Die Katze, die schwarze Katze. Die Monscheinstadt ist der am niedrigsten gelegene Ort in der Stadt, an dem sich die Pilger auf ihre Reise vorbereiten. Seitdem Sankt Frangelico den eingeflügelten Engel traf und die Kirche gründete, ist die Monscheinstadt als der Ort bekannt, an dem die Pilger mit dem Seilzug zur Kathedrale hochgezogen werden und sich auf ihre Pilgerfahrten vorbereiten. Ich freu mich schon auf die Google-Bewertung. Als er zum Priester ernannt wurde, befand sich der Ruf von Andreas auf seinem Höhepunkt. Zu dieser Zeit war Grad nur ein armes Landstädtchen. Aber das war Andreas egal und er kümmerte sich hingebungsvoll um die Menschen. Man munkelte sogar, dass sein Frangelico persönlich zurückgetreten sei. Ist nicht dieser Frangelico auch dieser... Nuss... Likör? Lecker. Die Monscheinstadt unterstützte aktiv die guten Taten des Priesters und sie handelten immer gemeinsam wie Brüder, die das Wort Gottes verkünden. Die Entscheidung, die Alchemisten von außerhalb aufzunehmen und Grad wiederzubeleben, wurde in der Monscheinstadt getroffen. Letztlich war sie der Geburtsort von Grad, wie wir es heute kennen. Heutzutage gibt es Seilbahnen statt Seilzüge und die Stadt der Zukunft statt eines ländlichen Dorfes. Unsere Tugenden jedoch sind immer noch dieselben, genau wie die Engel den Heiligen Frangelico in seine Flügel hüllte, als er vor Kälte umfiel. So sollten sich auch die Menschen gegenseitig helfen. Monscheinstadt, der Ort, der tiefer als alle anderen liegt, ist der Beweis, dass diese Tugend noch gibt. Ganz ohne Google-Bewertung. Nix, was hier kreucht und fleucht und böse unterwegs ist. Das überrascht mich jetzt dann doch. Gerade wenn man solchen Schmetterling hinterher hetzt. Aber im Ernst, ich würde jetzt einfach tatsächlich... Naja, das war klar. Ähm, auch jetzt überhaupt, um es mal zu wissen, ob es geht. Jetzt habe ich ja die Stadt aufgeräumt. Mal kurz die Stadt resetten. Ja. Ich habe, nach ein paar Minuten vorher habe ich daran gedacht, ja, es wird doch garantiert irgendwelche Holzböden geben, die einbrechen. Und so eine Brücke ist ja geradezu prädestiniert dafür. Hat aber ganz schön weggetan. Aua. Ja, ähm, Learning durch Failing. Klassisches Soulslike. Ähm, ne, äh, was soll ich sagen? Genau, um... Also, äh, ein Save & Quit hat nicht funktioniert. Ähm, für den Respawn des Schmetterlings. Und ich habe tatsächlich, glaube ich, zwei gesehen. Deswegen, und das sind ja nicht viele und keine schwierigen Gegner. Aktivieren wir mal den Stargazer. Und probieren das jetzt mal. Ist halt auch wieder ein bisschen Resident Evil, äh, Flair. Ja. Ja, ja, da ist noch einer. Gerade hat mein Gürtel wieder rot geleuchtet. Oder halt, äh, Gemini hat's. Yes. Das tut gut, das tut gut. Komme ich von hier aus wieder zurück? Ne, ich muss hier hoch. Hm. Gut, äh, dann hoffe ich, dass die Leute über die Brücke nicht kommen. Weil die würden ja einstürzen, ne? Also Vorsicht, Jungs. Was hast du eigentlich in der Hand? Was hast du da verwendet als Waffe? Ein Arm eines Kollegen? Immer ein bisschen zu vorkommen. Oh je. Äh. So Tore sind auch immer so ein gruseliges Zeichen. Die Stimmung hier ist gerade auch mal wieder eine ganz merkwürdige. Okay, ihr seid mindestens zu dritt. Hat die Tür zugemacht. Oh. Könnt man auch mal wieder spielen. Ja, ich hab, und vorher sag ich noch nicht so, ich will mal ein bisschen mehr mit Blocken arbeiten. Und ich denke immer noch nicht dran. Ich hab jetzt bis hierher, und das sind jetzt so ungefähr sieben Stunden, komplett mit einer ganz anderen Taktik gespielt. Also die Bloodborne-Taktik, wo es Blocken gar nicht gibt. Äh. Und das funktioniert ja auch, wenn man das dann quasi auch, wenn man das das Perfect Parry mit einbezieht. Aber es geht tatsächlich auch einfach mit Ausweichen und vor allen Dingen mit Blocken. Und ich prügele mir das jetzt mal ein kleines bisschen ein. Gerade in dem Raum jetzt, ähm, wo jemand freundlicherweise die Tür zugemacht hat, dass wir das mal ausprobieren. Weil ich die halt einfach schnell erledigen möchte. Für Mistgabeln. Also hier quasi. Blocken. Und dann kann ich mir die Leben zurückholen. Mit den entsprechenden Buffs natürlich auch noch ein bisschen effizienter. Die hab ich natürlich nicht, aber der geht ja relativ langsam zurück. Oh. Gibt es eigentlich Heilflaschen-Verstärkungen im Verlauf? Dass meine Heilung einfach effizienter ist. Das würde mich mal interessieren. Ey, was? Ich habe euch gegenseitig gedenkt. Okay, ist nicht ganz easy. Zwei Wurfgegner, drei... Ich habe einen Versteckter Mondstein. Drei mit einer Mistgabel. Aus fast allen Richtungen. Standard Korrosionsbeständigkeitskonverter. Anbauteile, die die Attributswiderstandsfähigkeiten von Puppen erhöhen. Sie verbessern die Widerstandsfähigkeit gegen Verfall. Ist jetzt noch hier irgendwo sonst wo eine Tür aufgegangen. Kann man gegen die schlagen? So ein Sägeblatt... Am Hebel ziehen. Achso. Ich wollte es durchs Fenster springen und Anlauf nehmen. Da habe ich gesehen, es gibt einen Schalter hier. Das sind etwas unschöne Levelgrenzen. Hätte ruhig mit Zäunen oder kleinen Mauern arbeiten können. Aber so an so dünnen Bäumen nicht vorbeikommen zu können, obwohl es eigentlich gehen könnte, fühlt sich nicht echt an. Oh, oh, oh. Kommen wir jetzt in die Wolkenstadt Kolumbia? Äh... Ich kann ihn nicht markieren. Vielleicht bin ich auch noch zu weit weit weg. Oh, das ist die Katze! Oder halt hier in dem Fall der Luchs, oder? Die Gesühnte. Wieder jemand anderes. Hündchen! Ich weiß nicht, dass die Katze nicht mehr in Ordnung ist. Die Katze ist nicht der Sancturie, die es damals war. Die Leute, die da waren, haben sie nie zurückgekommen. Ich weiß noch nicht, was passiert. Aber ich weiß das. Die Katze ist auf die Grenze. Immer. Wenn du bereit bist, musst du deine Identität feststellen. Wer bist du? Du bist... ein Stalker? Das Ergo flüstert. Bislang bin ich ziemlich begeistert von den Sprechern. Ähm... Geppetto ist wunderbar getroffen. Die Hotelchefin... Auch auf den Punkt. Die junge Schmiedin. Ähm... Und auch jetzt hier, die ganzen NPCs, die man bislang getroffen hat. Bitte, sei sicher da oben. Wow. Cool. Okay. Okay. So. Oh, ho. Ladies and gentlemen. Welcome aboard the Pilgrim's Cable Railway. Now, those of you who joined us in Moonlight Town, we hope your preparations for the Pilgrim's journey are well underway. Fascinating town, Moonlight. Just fascinating. Back in the day, the only way to reach the cathedral was using a rope and pulley. So, thanks for building it on a cliff, St. Frangelico. I kid, I kid, Frangelico. Wonderful saint. Wonderful. Anyway, next stop, the Bridge of Atonement. While you atone there, don't miss a magnificent view of a beautiful crot. It's been my pleasure, friends. And enjoy the rest of your journey. I've been your captain on this ride, Gemini. Well, not bad, huh? Oh, I really am good at this. When in doubt, let Gemini be your guide. You, uh, you look annoyed. Überhaupt nicht. Ah, I'm sure it's fine. Let's get a move on, pal. Ah, das ist schon, schon cool. Das hat schon, das hat schon FromSoft-der Niveau. Ähm, dass man jetzt quasi auf die Kulisse zurückblicken kann, die man bis jetzt erkundet hat. Also, Veninis Fabrik. Dahinter die Stadt Grat. Ähm. Man sieht sogar das Hotel von hier. Oh. Sehr, 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 sehr gut. Ah, something's off. Do you see that over there? I recognize dead puppets. That's to be expected. Aber was ist das? Und Gemini ist halt auch ziemlich cool. So als Navigator. Gibt Schlimmere in der Spielegeschichte, nicht wahr? Eigentlich nur Schlimmere. Hehehehe. Äh, weil wir gerade vom Hotel gesprochen haben. Ich muss da mal kurz vorbei. Ah, ich hol mir gleich ein Level ab. Und dann werden wir noch... Ähm... ...die Sichel-Mondsteine verbauen. Dann kriegen wir unsere Waffe auf plus vier. Doch, ihr beide. Ihr seid ja neu da. Ihr erschreckt mich immer noch. Benini und sein Butler. Ähm, Level vier. Jetzt bräuchte ich noch einen. Schade. Sophia. Wie viel brauche ich denn für den Level ab? Ähm... Benötigt das Ergo 3-3. Das heißt, ich brauche noch... ...äh... ...800. Locker. Eins von denen. Und eins von denen. Aber wisst ihr was? Wenn ich so um die... ...dann haue ich die alle weg. Und jetzt müsste ich zwei Level-Ups haben. So grob. Äh... Äh... Ausdauer... Vitalität. Jawohl. Müssen wir mehr überleben. Pfad des Elends. Ja, das klingt schön. Und was war das? Die Brücke der Sühne. Klingt auch wunderbar. Wovon... Wovon Gemini gesprochen hat. Ach ja, alles schöne Orte. In der Mondlichtstadt. Jetzt... Jetzt... Jetzt gibt's düstere Abstürze hier von der Benahmung. Soll sich ja nicht zu wohl fühlen hier. Okay. Ja, Pfad des Elends. Toll. Bewirkt Abend? Ist schon wieder Abend? Wann war denn Tag? Oh oh. German? Das sieht nicht... Puppenmäßig aus. Das sieht menschlich aus. Wir hatten ja mal schon so ein The Last of Us Pilzgewächs an der Wand gesehen. Mit so einer Leiche dran. Sind das jetzt die Auswüchse davon? Na toll. Und äh... Trifft jetzt Here is it evil auf The Last of Us. Und alles kann hier aufstehen. Ich liebe sowas. Wenn sowas... Ne? Also... Es ist zwar relativ schlauchig. Aber sie schaffen es doch, abseits der Baumleppelgrenzen, irgendwie eine in sich kleine stimmige Welt aufzubauen. Und immer mit diesen... Ähm... Horizonten... Zumindest mich ziemlich zu begeistern. Alles in allem, ich hatte... Ich hatte jetzt schon lange kein Spiel mehr. Wo ich... Wo sich meine Begeisterung sukzessive aufbaut, je länger ich spiele. Je länger ich Life of P spiele, desto besser gefällt es mir. Es ist unglaublich, wie gut hier alles ineinander greift. Und das Kampfsystem, das sehr auf den Punkt ist und sehr flexibel. Ähm... Die Atmosphäre des Spiels. Wie das Spiel seine Geschichte erzählt. Ähm... Das Art-Design. Die Musik in den Bosskämpfen gefällt mir gut. Die Steuerung ist knackig. Das Level-Design. Durchdacht und abwechslungsreich. Die Bosse haben bisher alle richtig Spaß gemacht. Ich hatte jetzt echt noch keinen Boss, wo ich sagte... Wow, was ist denn... Was ist denn da in euch geraten? Äh... Das Design müsst ihr euch echt nochmal ein bisschen überlegen. Kann man ein bisschen... So. Also insofern... Ähm... Ich hatte... Ich hatte wirklich gehofft, dass wir hier... Ein... Ein... Eine schöne From-Software-Alternative bekommen. Im Souls-Like-Genre. Und das haben wir bekommen. Bis jetzt für mich. Bis jetzt erst Kapitel 4 von... Ich weiß nicht wie vielen. Haben die Entwickler ihre Hausaufgaben gemacht. Es ist extrem stark Bloodborne-inspiriert. Aber es fühlt sich an keiner Stelle so an, als ob hier billig geklaut worden ist. Sondern man hat sich... Man hat sich die Konkurrenz angeschaut. Man hat gesagt... Okay, cool. Das funktioniert hier. Das funktioniert da. Und wir machen aber was Eigenes draus. Und das ist den Entwicklern hier in Gänze gelungen. Tut mir leid. Also... Naja, das bricht doch auch wieder ein, oder? Kannst du mir das hier erzählen. Oh. Der Sprung hätte so oder so nicht gereicht. War klar. Ich glaube, die verteilen diese... diesem nächsten Malus-Effekt, gegen den ich diesen Kondensator gefunden habe. Weil jedes Mal, wenn ich einen von denen töte, dann leuchtet es kurz so türkis auf. Und ich glaube, das könnte sowas sein, dass man irgendwie... Was weiß ich... Haltbarkeit der Waffe verliert oder sowas. Oh, da ist ein Balken. Ich mache einen Hauch zu wenig Schaden. Ich brauche unbedingt noch einen weiteren Mondstein. Weil ich... Brauche... Nicht viel mehr... Um die mit zwei Schlägen umzuhauen. Oh. Habe ich das vorhin gar nicht gesehen, dass es da links rum geht. Und der Balken da? Ne, das ist einfach nur... Levelgrenze, umgestürzter Baum. Okay. Dann in die andere Richtung. Ich hätte ja jetzt erwartet, dass hier unten noch irgendwas liegt. Dadurch... Ich weiß nicht, ob ihr das so gut hört, aber es haucht einfach nur so ein kleines bisschen in den Wind und mehr ist nicht zu hören. Das ist... Creepy. Wenn es an Frangelico fällt und seinen letzten Atemzug tut, werden... Werden sich die Engel Gottes um ihn kümmern. Was ist passiert? Was ist ihr Problem? Warte... Warte, ihre Körper sind schrisch geändert. Ich weiß nicht, was passiert, aber... Keep those eyes of yours open. Yo, das kannst du noch so oft sagen. Es wird nicht ungruseliger, Gemini. Dankeschön. Bei jedem Toreingang sagt er im Grunde genau dasselbe. Es wird nicht besser. Danke für die Warnung. Oh, wow. Okay. Das war schön. Schön in die Zange genommen, Jungs. Respekt. Hörst du jetzt auf? Das war eine Fünfer-Kombo, mindestens. Ei, oi, oi, oi. Okay, okay, Jungs. Also. Ich hab's notiert. Ich hab euch unterschätzt. Die sind so animiert, dass sie so eine Kombo machen, wo man denkt, jetzt sind sie fertig. Und dann kommen noch vier Schläge hinten dran. Und aua, tun die weh. Und die staggern böse. Aber es gibt auf jeden Fall nicht irgendeinen Malus. Also das kann ich schon mal wieder streichen von meiner... Ich-habe-Bedenken-Liste. Oh, ähm. Lass mal hier, dass man mal was sieht. Bete, du, der du erschöpft und verletzt bist. Oh, warte mal. Wo sind denn meine Gesten? Die kann man doch auch hier so auf die Ding packen, ne? Da. Boden prüfen. Stalker versprechen. Gedenken. Gedenken. Ja, das könnte funktionieren. Kleidung, Furcht, Sitzen. Ah. Oh Gott, wie ging denn das? Oh. Wie kommt man denn? Wie kam man denn nochmal auf die... Da. So. Möglicherweise fehlt mir die Geste noch. Oh. Gebet einer Frau. Gott, ich bete von ganzem Herzen. Bitte wende deinen Zorn von Krat ab. Britte bitte auch uns, so wie du St. Vangelico mit Engelsflügeln umhülltest. Wenn schon das Urteil wegen unserer Verderbnis unvermeidlich war, so verschone bitte wesens mein Kind vor deinem Zorn. Dieses Baby hat nichts Ungerechtes getan. Bitte lass meine Charlotte in den Himmel. Sollte jemand diesen Ort je finden, dann betet für uns und wisst, dass der Ort von verzweifelter Traurigkeit erfüllt war. Das lag aber gerade noch nicht da. Ich habe also doch vielleicht genau das Richtige getan, was ich tun sollte. Ähm. Wo habe ich... Schaut mal, ich habe schon fünf von den versteckten Mundsteinen. Ähm. Aber dann war das einfach nur jetzt hier der Brief, oder? Nichts irgendwie... Schade. Okay. Da hinten ist noch ein Item. Hier ist... Hier geht es weiter vermutlich. Hier geht es auch weiter. Brrrr. Brrrr. Hier geht es orientierungsmäßig zurück. Bist ja der erste Level. Aber es ist ja auch so richtig schlauchig und streng linear. Ähm. Ist ja der erste Level ohne eine Abkürzung. Aber halt auch jede Menge Gegner, an denen man einfach locker vorbei rennt. Oh. Da guckt mal einer an. Hinter der Statue habe ich was gesehen. Sorry, das klaue ich dir kurz. Lass es ein Sichel-Mondstein sein. Bitte, 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 bitte. Einer noch. Komm. Eine Brechkartusche. Ich verbessern die Widerstandsfähigkeiten gegen Brechen. Ja, das ist für die nächste Party ganz wichtig. Mercy, ich bege dich. Janzhou. Ich dachte, du warst von der Organisation. Äh, egal. Mein Name ist Janzhou. Ich bin ein Alk... Äh, äh, Pharmacist. Ja, Pharmacist. Ich schaue den legendären Gold-Koing-Fruit. Ich konnte, die Medizin zu nutzen, um die Infection zu sparen. Ich habe die Petrifizierung und ich brauche eine Kürze. Sorry, ich rufe, wenn ich nervös bin. Schreib das. Es wird Dinge schneller, als ich kann. Gion, der Ritter des Königs, hat den leuchtenden Baum auf dem felsigen Berg gefunden. Die Früchte des Baumes ähneln Goldmünzen. Und diese Früchte sind ein wundersamer Segen, denn viele konnten sich von diversen Krankheiten erholen und der Seuche entkommen. Der hoch erfreute Ritter baute eine Burg und ernannte sich selbst zum Heiligen Ritter. Das wird wohl die, die wir vorhin hier hinter den Baumwipfeln gesehen haben. Doch vergesst nicht, Besucher. Wunder haben immer ihren Preis. Egal, wie fasziniert sie auch sein mögen. Wundsteinen. Viele substances können zu sparen. Die präzise Dose ist, was die Medizin aus Sparen verbreitet. Die Goldkornfruppe könnte nur ein Myth sein. Aber in der Mitte einer Epidemie könnte es unsere Verlust sein. Kannst du mir wissen, ob du es findest? Ich gebe dir das mit dem Weg von Payment. Würfel. What? Es gibt verschiedene Arten von Wundsteinen, die auf Würfeln angebracht werden können. Die Verwendung von Würfeln verbraucht Wundsteine. Du kannst einen Wundstein auf einem Würfel ausrüsten oder ihn durch Gianjio oder einen Stargazer wieder auffüllen. Es kommen immer noch weitere Spielelemente dazu. Das ist auch so ein Punkt, den ich faszinierend finde in diesem Spiel. Nach dem ersten Boss kam irgendwie dieser Fertigkeitenbaum von Geppetto. Dann kamen die unterschiedlichen Schleifmöglichkeiten der Waffen. Jetzt hier diese Wundsteine. Bitte was? Okay, beim nächsten Stargazer dann mal gucken. Du wirst aufstehen und dich um das Landgottes kümmern. Wenn der Engel seine Schwingen ausbreitet, ist es immer noch zu schnell weg. Und den Heiligen umarmt und die Kälte vergessen ist. Die Menschen der Angelegenheit wussten, wie ein Wunsch auf einen Stargazer ein Wunsch auf einen Stargazer kümmern. Ah, da ist es. Du kannst mit Gianjio oder einem Stargazer einen Wunschstein an einem Würfel anbringen. Es gibt verschiedene Arten von Wunschsteinen, die unterschiedliche Effekte haben. Bei der Verwendung eines Würfels wird ein Wunschstein verbraucht. Aber er wird im Lager wieder aufgeladen, wenn du wiederbelebt wirst oder einen Stargazer besuchst. Ein mysteriöser Kristall, der in einem Würfel eingesetzt werden kann. Er verleiht dem Würfel einen besonderen Effekt. Okay, ich muss den erst an einem Stargazer füllen mit dem Wunschstein. Ich gehe in die St. Frangelical Cathedral. Du kannst mich da finden, wenn du brauchst. Ja, ja, ist okay. Ich komme da auch hin. Ein kleines bisschen auch Kathedrate des Abgrunds. Wipes aus Dark Souls 3, oder? Ein bisschen. Ist hier drin bestimmt gleich Gale, der mich in den DLC zieht. Sag ich doch. Ich verstehe dich leider nicht. Oh Gott. Große Türen in solchen Spielen. Und ich spreche noch von den coolen Froms auf der Kulissen. Das ist halt, ja, mit dem Wasserfall. Jo. Ähm, das ist beeindruckend hier. Die Architektur und die Größe. Super gemacht. Ja, hier ist mal ein ganz schönes Massaker angerichtet worden. Und du siehst sehr freundlich aus davor, ne? Oh, Leute. Hier ist schon wieder die Fabrik. Und da hinten. Die will ich irgendwann mal noch fahren, Leute, ne? Also auch vor allen Dingen zu diesem, ich nenne es mal Observatorium oder sowas. Aber diese Bahn will ich echt noch fahren. Dankeschön. Schön an Krattern und der Fabrik wieder vorbei. Und ein bisschen staunen. Hi. Oh, oh. Das kam jetzt gerade ein bisschen unerwartet. Sorry. Na, du fängst jetzt auch an, diese türkise. Alles klar. Ich habe verstanden, was ich bei dir tun muss. Das ist, das finde ich auch cool. Jeder neue Elite-Gegner-Typ reißt dich erstmal in Stücke. Aber regelrecht, ne? So null Chance. Und Stück für Stück musst du dich an den ranarbeiten. In dem Fall jetzt leider einen langen Weg laufen. Aber die Burschen sind ja allesamt unfassbar langsam. Und das haben wir schon gelernt. Die Gegner verfolgen mich sehr, sehr, sehr äußerst gewissenhaft. Oh, das ist echt ein weiter Weg, wenn ich jetzt immer mal wieder scheitern sollte gegen den Burschen. Schöner Eye-Opener hier. Tür geöffnet. Kamera schwenkt hoch. Toller Moment. Gut. Also, lass uns das nochmal versuchen, jünger Mann. Und die Gegner sind alle weg. Cool. 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 Fuel. Das war jetzt eine Mischung aus allen Taktiken, die es so gibt in dem Spiel. Säurekanister, Sternfragment, sehr gut. Das war jetzt der Verfall. Okay, also, ja, die großen Burschen, die verteilen das, was ich befürchtet habe, dass sie auch die kleinen tun. Trübes Ergo-Fragment. Ich will noch einen Mondstein, bitte. Attributs, Reinigungsampulle. Habe ich die eigentlich bei mir auf der Liste? Die sollte ich echt mal häufiger... Hier. Ich habe so viele von denen. Kurz mal gucken, wo die... Ja, da. Um die Buffs, die sehr langsam abklingen, einfach sofort abklingen zu lassen. Also die Bebuffs, wenn man gerade brennt oder dergleichen. Kapelle der Kathedrale von San Frangelico. Das ist halt wirklich... Pontiff? NPC ist ohne Ende. Ach, das ist wieder der Apotheker. Alte Apotheker, wie er sich korrigiert hat. Das war lustig. Warte mal ganz kurz schauen. Hier ist nämlich... Das könnte eine Abkürzung von der anderen Seite sein. Oder einfach eine Level-Grenze. Besser als Bäume. Was haben wir hier? Ihr, die ihr gesündigt habt, tut Buße mit euren Tränen. Nur wer seine Seele gereinigt hat, darf weitergehen. Nee, du bist wieder wer anders, oder? Nee. Gold-Coin-Träse sind gesagt, die blöden, wenn die Pläume die Lande verbringt. Vielleicht haben sie schon irgendwo in Krat. Die Menschen von Kratk-Träse wissen, wie ein Wiss auf eine Star-Wiss auf eine Star-Wiss auf eine Star-Wiss auf eine Star-Wiss. Der Kratk-Träse hilft euch mit dem. Das ist quasi eine zusätzliche Heilung. Da müsste man dann mal checken. Das wird wahrscheinlich nicht so schnell. Das wird wahrscheinlich vielleicht eher so in Richtung... Aber wir haben ja gerade so ein bisschen... Moment, das muss ich jetzt... Äh, wie packen wir das? Wo packen wir das am besten hin? Das könnte so Heilstein-Dark-Solz-2-Niveau sein. Probieren wir es mal aus. Das ist ja gar nichts. Oh je. Gut. Ich habe fast ein Level ab. Äh, komplett deswegen... Oh. Ach nee, das geht ja hier auch quasi. Ja gut, ähm, da... Da brauchen wir aber noch was Besseres. Das ist ja... Vor allem A, das Kasten dauert eine Weile und B, das, was man da an Leben zurückbekommt... Ich sage, ich habe was falsch gemacht und ich müsste nochmal kurz lesen. Äh, äh, was der Stein wirklich bewirkt. Äh, das machen wir jetzt nochmal kurz. Äh, Wunschstein des Würfels. Stellt vorübergehend LP wieder her. Wie verbrauchen wir denn für... Äh, nicht viel. Äh, 400. Äh, äh, so, jetzt gehen wir wieder auf Schaden, ne? Ich habe gemerkt, ich brauche Schaden. Äh, Fortschritt. Dann wollte ich kurz mal mit ihr hier sprechen. Vielleicht hat sie was Neues zu erzählen. Nein? Aber Geppetto vielleicht. Vielleicht habe ich ja einen Quarz eingesammelt und es nicht gemerkt. Ich bräuchte noch einen für... Die nächste Stufe kann das sein. Ja. Ne, zwei insgesamt sogar. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall hier schon. Und das ist das, was ich möchte hier. Pulszellen erhöhen. Hehe. Also zwei Quarts. Nein, auch hier ist nichts Neues. Gut. Also. Monschein statt durchquert. Und als atmosphärisch sehr stimmig abgespeichert. In der nächsten Folge geht es dann in die Kathedrale hinein. Da wird doch irgendwas Geistliches am Ende dann warten als Boss unter Garantie. Aber das werden wir dann in der nächsten Episode lösen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Ich würde mich sehr an den Daumen von euch freuen, wenn es euch gefallen hat. Nicht vergessen, wenn ihr den Kanal abonniert, verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Bis zum nächsten Mal. Hier in Kürze. In diesem tollen Spiel. Namens Lies of Pi. Viel Spaß beim Spielen. Bye, bye. Und macht's gut.